Es ist kurz vor 10 Uhr morgens, liebe Leute, und ich möchte euch grüßen. Jawoll! Ich dachte mir, das ist mal wieder Zeit, aus dem Auto meine Community zu begrüßen. Deswegen einen lieben Gruß nach Deutschland, wo auch immer ihr euch in Deutschland befindet. Vielen Dank, dass ihr uns immer so gut unterstützt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und sehen uns in unseren Videos. Macht's gut!